Darf ich Ihnen noch etwas Champagner nachschenken? Ich muss noch ein bisschen den Kellner spielen. Solche Beschattungen können heikel werden, verstehen Sie? Man weiß nie, ob die Sache nicht furchtbar eskaliert zu einer Leben- oder Todssituation. Falls es gefährlich wird, gehen Sie in Deckung, bis alles vorbei ist. Ich kontaktiere Sie später. Warum geben Sie mir nicht Ihre Tele... So sieht man sich wieder, Carlos. Ich werde ihn am besten sofort umlegen, okay? Dann aber los. Oh Gott. Furcht ist etwas Unbekanntes. Wollen wir tanzen? Oh nein. Tango. Jetzt geht das schon wieder los. Harry, Callum. Hey, Leute. Hört auf, wir sind nicht zu verbinden hier. Wir haben einen Job zu erledigen. Okay, Kinder, denkt dran. Ihr seid seriöse Spione. Harry? Harry? Hörst du mir zu? Das ist ja nicht zum Haushalten. Harry, na komm schon. Und wie? Denkt an die Sicherheit der Nation? Denkt an die Sicherheit der Nation. Leben oder Tod. Harry? Harry? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020